Basiskurs Optionsstrategien. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro, exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um das Thema Stops. Und zwar darum, warum ich persönlich nicht mit Stops im Optionsverkauf arbeite. Es ist eigentlich die Frage, die permanent immer mal wieder auftaucht von sehr vielen, die jetzt hier neu zum Kanal gekommen sind, die in unseren Coachings dabei sind, die vielleicht auch unseren Börsendienst, die Optionsstrategien abonniert haben. Da gibt es eine Frage, die kommt, naja, man könnte sagen, fast jede Woche mindestens einmal. Und zwar, wenn ihr doch diese Verlustbegrenzungsregeln habt, warum legt ihr denn da nicht einfach einen Stop in den Markt? Dann müssen wir doch nicht immer zuschauen und müssen das Ganze nur mental machen. Und auf den ersten Moment klingt das natürlich auch erstmal sehr sinnvoll, diese Frage. Und ich werde euch aber heute zeigen, warum das eben im Optionshandel nicht geht. Klären wir erstmal ganz kurz ab, was kann denn überhaupt mit einer verkauften Option passieren? Da gibt es ja grundsätzlich zwei Dinge, nämlich Nummer eins, das Ganze wird ein Gewinner oder eben Nummer zwei, das Ganze wird ein Verlierer. Wenn wir einen Gewinner haben, da können wir uns tatsächlich der Technik bedienen und diesen Gewinner automatisch mitnehmen. Es gibt grundsätzlich jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen, du lässt die Option wertlos verfallen oder aber zum anderen, du kaufst diese Option an einen bestimmten Preis zurück. Also wenn wir uns das hier einfach mal anschauen und sagen, okay, angenommen, wir haben eine Option, sagen wir mal, vielleicht für einen Dollar verkauft. Und das wäre jetzt beispielsweise eine Future Option. Bei Future Option kaufen wir ja bei 20% Restwerk zurück. Das heißt, wir würden dann hier bei 0,20 einfach ein Limit in den Markt legen. Und das bedeutet ja, wann wird diese Option gekauft? Limit heißt ja, kaufe zu 20 Cent in dem Fall oder besser. Das heißt, wenn die Option eben teurer ist als 20 Cent, dann wird sie definitiv nicht zurückgekauft. Ist sie billiger, dann wird sie zurückgekauft. Also wenn die jetzt beispielsweise hier bei 9 Cent wäre, dann würde sie auch zurückgekauft. Meistens ist es tatsächlich so, dass sie wirklich hier für 20 Cent zurückgekauft wird. Das heißt, mit dieser Order, die eben den Preis für unseren Auftrag ganz genau limitiert, kann uns nichts passieren. Die können wir einfach so in den Markt legen, kann überhaupt nichts passieren. Wie ist es jetzt aber mit einem Stop? Ein Stop ist ja eine ganz besondere Art der Order. Und die meisten von euch kennen das Ganze ja aus dem Aktienhandel beispielsweise. Und ich will euch mal anhand eines Beispieles aus dem Aktienmarkt zeigen, warum ja auch ein Stop im Aktienmarkt nicht das Optimum ist. Und zwar, ich blende euch mal hier einen Chart ein. Und zwar ist das die Aktie von Amgen, großer Biotech-Titel aus den USA. Und die haben vor einigen Tagen ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Und diese Quartalszahlen wurden nicht so gut an der Börse aufgenommen. Und ihr seht es, ich habe ja diesen roten Strich, der da drin ist. Das sollte unser angenommener Stop sein. So, und Stop heißt ja, wenn dieser Preis berührt wird oder ein schlechterer Preis als das Ganze, aus unserer Sicht daraus gesehen, dann wird diese Order sofort nicht aufgeführt, sondern ausgeführt. Das soll also heißen, in dem Falle hättet ihr einen Stop-Kurs gehabt. Und der Preis wurde aber eben nicht zum Stop-Kurs ausgelöst, sondern zu einem deutlich schlechteren Preis. Warum? Weil die Aktie eben nach unten gegappt hat. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, na ja, was ist denn aber, wenn ich mit einer Stop-Limit-Order arbeite? Denkt man sich, Stop und Limit, dann habe ich doch beides. Gut gedacht, funktioniert aber in der Praxis nicht immer. Denn stellt euch folgende Situation vor. Ihr habt eine Aktie hier und ihr sagt, hier ist mein Stop. Und damit ich definitiv nicht so schlecht rauskomme, mache ich hier noch ein Limit unten drunter. Und sagt also, wenn hier der Preis hier herfällt, dann wird der Stop ausgelöst und dann muss sie aber hier mindestens zu diesem Limit-Preis verkauft werden. Klingt erstmal schön und gut, aber was macht ihr denn, wenn die Aktie hier öffnet, wie jetzt in dem Beispiel bei Amgen, dann wird euer Stop zwar ausgelöst, da euer Limit aber höher ist, wird die Order gar nicht ausgeführt, weil er nicht zu dem Preis verkauft werden kann. Das heißt, dann könntet ihr noch in der Position sein, obwohl ihr einen Stop im Markt hattet. Das heißt, eine Stop-Limit-Order ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. So, jetzt kommen wir aber zu dieser Besonderheit im Optionshandel. Und zwar, das Besondere bei Optionen im Gegensatz jetzt zu Aktien beispielsweise ist ja, dass Optionen, da haben wir ja nicht diese eine Option. Wenn wir jetzt sagen, diese Aktie hier, Amgen als Beispiel oder selbst ein Future, da gibt es einen Preis, der gerade gehandelt wird, nämlich der aktuelle Preis. Bei Optionen haben wir aber sehr, sehr viele Laufzeiten, sehr, sehr viele Strikes und das heißt also, sehr viele von denen, an sehr vielen dieser Optionen findet gar kein Handel statt, zumindest nicht permanent, sondern oftmals kann manchmal tagelang kein Handel in dieser Option stattfinden. Und gerade, wenn wir uns Future-Optionen anschauen, da passiert es sehr, sehr häufig, dass manchmal nur zu bestimmten Zeiten Handel stattfindet. Ich habe euch auch hier mal ein Bild gemacht und zwar ist das ein Ausschnitt von einem Vormittag von Erdgas oder von Erdgas-Optionen. Erdgas-Optionen als solche sind eigentlich relativ liquide. Also die kann man sehr gut handeln, ich handel die auch sehr, sehr gern, aber die werden nahezu rund um die Uhr gehandelt und ihr seht es jetzt hier in dem Beispiel, ich habe euch diese Pfeile dahin gemacht, da gibt es zum Beispiel nicht mal einen Geld- und Briefkurs auf jeder Seite und das heißt, da findet gar kein Handel statt. Und jetzt überlegt euch bitte Folgendes und zwar stellt euch folgende Situation vor. Ihr hättet eine Option, sagen wir mal, ihr habt die verkauft für, wir bleiben mal dabei wieder bei einem Dollar und ihr sagt, naja, wenn sich diese Option verdoppelt, also auf zwei, wenn die auf zwei geht, 100%-Regel bei Future-Optionen, dann setze ich einen Stop und dann wird mir die Option zurückgekauft. Klingt in der Theorie gut, funktioniert aber in der Praxis nicht. Warum? Stellt euch vor, die Option würde nur 30 Cent kosten. Also der Preis ist gefallen, ihr liegt hier schön im Plus und jetzt legt ihr nichtsdestotrotz diesen Stop-Kurs bei zwei Dollar rein, weil ihr sagt, okay, bei zwei Dollar will ich hier raus sein. Oder auch gleich, wenn ihr die am Anfang reinlegen würdet, ihr verkauft für eins und legt sofort für zwei, lassen wir mal das hier weg, ihr legt für eins rein und legt sofort diesen Stop für zwei rein. Was würde jetzt passieren? Was sagt denn dieser Stop? Der Stop sagt, sobald einmal dieser Preis von zwei Dollar gehandelt wurde, wird eure Order, eure Stop Order aktiviert und es entsteht sofort eine sogenannte Market Order. Das heißt, zum schnellsten oder zum nächstmöglichsten Preis wird eure Order ausgeführt. In dem Fall jetzt, wenn ihr die Option eben verkauft habt, wird eure Option gekauft. Und jetzt würde Folgendes passieren, die Market Maker, und Market Maker, das ist heute nicht mehr so wie früher, die da irgendwie unterwegs sind, also keine Menschen mehr, sondern das sind natürlich Maschinen, das sind Programme, die natürlich für Menschen arbeiten, aber das sind Programme, die durchforsten permanent immer das Orderbuch. Und dann würden die natürlich eure Order sehen. Jetzt kann jemand sagen, wenn ich sie gar nicht an die Börse lege, dann nützt das ja nichts. Also du musst die ja schon an der Börse haben, diese Order. So, und jetzt passiert Folgendes. Der würde jetzt sehen, hey, hier ist eine Option, die kostet einen Dollar, aber hier wäre jemand bereit, für zwei Dollar zu kaufen. Was würde dieser Market Maker, was würde die Maschine jetzt machen? Der würde ganz einfach mit sich selber einen Trade machen, und zwar würde da einfach einmal eine Option für zwei Dollar hin und her handeln. So, das kann er machen, das passiert in Millisekunden. Und jetzt würde Folgendes passieren. Jetzt würde diese zwei ja, ständige ja plötzlich da, sie würde ausgelöst. Und jetzt würde deine Option, die hier bei dir nur ein Dollar wert ist, die würde plötzlich für zwei Dollar gehandelt werden. Und zwar natürlich die Maschine würde sie handeln. Das heißt, du müsstest die plötzlich hier für zwei Dollar kaufen, der würde sie dir für zwei Dollar verkaufen. Also du kaufst, er verkauft, er hat ein riesen Geschäft gemacht, weil er verkauft etwas für zwei, was nur eins wert ist. Und du bist der Dumme, denn dein Stopp ist geholt worden, obwohl es gar nicht notwendig war. Und jetzt gibt es auch mal so Antworten, ja, das könnte man doch die Order verstecken oder man könnte doch was machen, dass erst wenn es ausgelöst wird, geht die Order dahin. Und so, vergesst das, das kann vielleicht ein institutioneller machen oder es kann ein professioneller Händler machen. Aber für uns, für uns private Händler, sind solche Sachen einfach nicht gangbar. Und deswegen macht einfach eins, ihr müsst im Optionsverkauf, es gilt für den Optionsverkauf, müsst ihr einfach mentale Stops haben. Das gilt jetzt nicht für Stay Trading, es gilt nicht für den Future Handel, aber wenn ihr Optionen verkauft, ihr müsst aus den genau genannten Gründen eure Stops mental im Kopf haben. Ihr dürft die nicht in den Markt legen, wer mir das nicht glaubt, der macht es einfach mal. Legt einfach in irgendeinen Future Markt, gerne auch in einen Aktienmarkt, legt da mal irgendwo eine Stoporder rein und ihr werdet sehen, dass die in den meisten Fällen geholt wird. Warum sage ich in den meisten Fällen? Na ja, es gibt schon Werte, wie zum Beispiel die Optionen auf den Spider oder auf Apple oder so, wo so viel Volumen da ist, dass die Market Maker dieses Spiels nicht machen können. Aber ich sage jetzt mal, in 99% aller Märkte würde das Ganze funktionieren und die würden euch eure Stops Orders rausholen. Und deswegen, wer so ein bisschen kritisch ist, bevor ihr einen Kommentar schreibt und sagt, ich glaube das nicht, legt eine Order rein, probiert es auf und schreibt mir dann drunter, wie viel Geld euch das Ganze gekostet hat. Okay, falls ihr euch das Geld sparen wollt, dann macht das lieber nicht. Ladet mich lieber auf ein Bier ein, wenn ihr mich mal irgendwo seht und dann erkläre ich euch noch ein paar andere Sachen über den Optionshandel. Okay, das war es für heute. Eure Meinung und Kommentare sind mir und bleiben mir natürlich wichtig, deswegen schreibt mir das bitte alles hier unten rein. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.